wir sind hier auf dem frisch belegten feld vor einer woche waren die ziegen hier man sieht es wahrscheinlich schon hat sich erst mal hier schön eintapeziert wollten das wetter ein bisschen genießen der karl hat auch schon gespielt deswegen ist er jetzt auch schon ein bisschen ruhiger vielleicht treffen wir noch jemanden da könnte was sein ich habe schon wieder die lust verloren und das nächste loch so 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 Vielen Dank.